Musik Frühjahrsklausur der Freie Wähler Landtagsfraktion in Nürnberg. Die Abgeordneten haben dort über die aktuelle politische Lage und zahlreiche weitere landespolitische Themen gesprochen. Im Vordergrund das geplante Volksbegehren für eine Wahlfreiheit zwischen 8-jährigem Gymnasium G8 und dem neuen G9. Wir Freien Wähler sind der Überzeugung, dass die Einführung einer Wahlfreiheit zum 9-jährigen Gymnasium überfällig ist in Bayern. Wir haben andere Bundesländer wie Hessen, wie Baden-Württemberg, die sind uns hier schon einen Schritt voraus. Die bieten ihren Schülern schon diese Wahlmöglichkeit an. Mit der Folge, dass dort sehr viele Schüler dieses Modell wählen. Über 90 Prozent der Leute, die sich hierfür entscheiden können, wollen das G9. Wir dürfen unseren bayerischen Schülern diese Möglichkeit nicht vorenthalten, sondern müssen das mit anbieten. Die Freien Wähler wollen den Lernstoff von bisher 8 auf 9 Jahre strecken, um Schülern künftig mehr Zeit zum Lernen, für Sport und Vereinsleben zu geben. Entgegen der Behauptungen der Staatsregierung seien für das neue G9 keine zusätzlichen Lehrerstellen erforderlich. Auch sei das neue G9 an allen Gymnasien umsetzbar, weiß Günter Fellbinger, bildungspolitischer Sprecher der Fraktion. Die Wahlmöglichkeit zwischen G8 und G9 ist selbstverständlich in allen Gymnasien umsetzbar. Es gibt hier verschiedene Variationen, Ansätze, wo man darüber diskutieren kann. Aber beispielsweise ist es von der Organisation genauso gut umsetzbar, wie es derzeit schon der Fall ist an Gymnasien, die zwei Zweige nebeneinander haben. So wäre es auch denkbar, dass man G8 wie G9 nebeneinander führt, weil man feststellen kann, dass in der Klasse 5 und 6 und auch in den beiden Oberstufenklassen eine hohe Kompatibilität da ist. Es spreche daher nichts gegen das Volksbegehren. Die Freien Wähler werden nun bald damit beginnen, Unterschriften zu sammeln. Natürlich haben die Abgeordneten die Zeit in Nürnberg auch für zahlreiche Gespräche genutzt. So wurde die Fraktion im Historischen Rathaus von Dr. Ulrich Mahli empfangen. Der Nürnberger Oberbürgermeister und neue Präsident des Deutschen Städtetags ist der Ansicht, dass Stadt und Land nicht als Gegensatz, sondern im Miteinander gedacht werden müssen. Dr. Peter Bauer, MDL und Frankensprecher der Freie Wähler Landtagsfraktion, stimmt dieser Überzeugung uneingestrengt zu. Die Idee ist, dass jeder seine Stärken nutzt und seine Schwächen aufarbeitet. Das ist die Idee hinter dem Zusammenwirken. Zum Beispiel, wenn Sie die Energiewende nehmen. Die Städte können die regenerativen Energien niemals zur Verfügung stellen. Da brauchen Sie das Land dazu. Das Land kann aber nie die hochwertigen Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. So ist ein sinnvolles Zusammenwirken zwischen Stadt und Land gegeben. Und so stellen wir uns diesen Ausgleich vor. Die Freien Wähler setzen sich zudem für eine starke Metropolregion Nürnberg ein. Kulturell als auch wirtschaftlich müsse ganz Franken gestärkt werden. Dazu gehöre auch ein leistungsfähiger Flughafen, den die Abgeordneten im Anschluss besuchten. Geschäftsführer Karl-Heinz Krüger erläuterte, dass der Airport Nürnberg in jüngster Vergangenheit einen starken Passagierrückgang zu verzeichnen hatte. Für Freie Wählerchef Hubert Aiwanger ist der Flughafen unverzichtbar für die Region und muss daher von Seiten der Politik unbedingt Unterstützung erfahren. Es ist so, dass der Flughafen Nürnberg seit Jahren unter rückläufigen Fluggastzahlen leidet und auch unter Verlusten leidet. Und wir Freien Wähler sind der Meinung, dieser Flughafen muss weiterhin aufrechterhalten werden, muss gestützt werden. Und uns fehlen hier einfach die Konzepte. Wir sehen hier keine politische Bewegung. Deshalb fordern wir Freien Wähler, Nürnberg und München muss bezüglich des Flughafens besser zusammenarbeiten. Sinnvoller sei es, mehr Geld in die Verkehrsinfrastruktur Frankens anstatt in eine dritte Startbahn am Münchner Flughafen zu investieren. Umso unverständlicher ist es laut Frankensprecher Bauer, warum die dritte Startbahn in einem derzeit in Arbeit befindlichen Gutachten zum Nürnberger Flughafen gar nicht erst bewertet wird. Die Flughafen GmbH hat ja ein Entwicklungsgutsachten in Auftrag gegeben mit wichtigen Fragen. Aber eine der zentralen Fragen fehlt, nämlich die Frage, wie wirkt sich eine eventuelle dritte Startbahn in München auf den Nürnberger Flughafen aus. Hier kann man ja nur spekulieren. Gibt es positive Effekte oder gibt es negative Effekte? Das muss gutachterlich untersucht werden. Eine weitere Forderung der Freien Wähler ist die bessere Anbindung des Nürnberger Flughafens an den Nah- und Fernverkehr. Auch Freie Wähler Landrat Armin Kroder bestätigte während der Beratungen, dass der Flughafen für die Region Nürnberg eine enorme Bedeutung hat und für die Zukunft eine entscheidende Rolle spielt. Nach der Stippvisite am Flughafen ging es weiter zum Studio Franken des Bayerischen Rundfunks. Dort wartete schon der stellvertretende Studioleiter Norbert Küber auf die Abgeordneten. Im Mittelpunkt des Besuchs stand die Zukunft eines starken öffentlich-rechtlichen Rundfunks, für den sich die Freien Wähler engagieren. Angemessen, unabhängig und vor allem objektiv, so soll der Bayerische Rundfunk auch künftig über die Landespolitik berichten. Fraktionschef Hubert Aiwanger zog eine positive Bilanz. Mit dem Verlauf der Frühjahrsklausur in Nürnberg ist er sehr zufrieden. Unsere Bilanz ist eine durchweg positive. Wir sind überzeugt, inhaltlich richtig aufgestellt zu sein. Wir sind personell geschlossen. Wir haben keine Flügelkämpfe, keine Reibereien, keine Befindlichkeiten. Wir sind gewappnet für diesen Wahlkampf und für die Regierungsbeteiligung ab Herbst 2013. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017